Manja, kann ja! Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Format. Mittlerweile müsste ganz Deutschland festgestellt haben, dass ich absolut nicht kochen kann und deswegen mir immer die einfachsten Rezepte raussuche. Und deswegen werde ich in meinem neuen Format einfach irgendwelche richtig easy peasy Scheiße machen, die aber irgendwie so aussieht, als wäre es irgendwie was richtig krass Besonderes. Und deswegen machen wir heute so ein fancy Salat-Sandwich. Dafür braucht ihr eigentlich nur ein riesengroßes Salatblatt, was ihr dann mit Sachen belegt, auf die ihr Bock habt. Und dann fangt ihr an, das Reihum ineinander zu klappen und dann nochmal in der Mitte durchzuschneiden. Und Leute, bumms, habt ihr euer richtig geiles Sandwich und das schmeckt so geil!